Die Stützen auch öfters mal ab bei dem Spiel oder die Verbindung wird einfach unterbrochen. Das liegt daran, dass die Server nicht so toll sind. Aber eigentlich hält es sich noch in Grenzen mit den Abstürzen. Das ist jetzt nicht so oft der Fall. Das ist doch erst glaube ich ein oder zwei Mal. Ne, ist aber jedem unterschiedlich.